Willkommen zurück zu Let's Play, der Herr der Ringe, die Eroberung. Wir gehen jetzt in die Minen von Moria. Heute noch ist Moria ein gefährlicher Ort für all jene, die es wagen, seine Tore zu durchschreiten. Sauron, der um die dunkelsten Geheimnisse Morias weiß, hat seine Armee mit einem grausamen Ritual gestärkt. Um des Zwerges und seiner Gefährten willen müssen wir hoffen, dass die Macht des dunklen Herrschers noch nicht ausreicht, um einen Balrog von Morgoth zu rufen. Die schwarze Grube Moria 23. April 2019, drittes Zeitalter Wir haben den Balrog-Altar gebaut, aber wir brauchen magische Steine, um dieses tote Ding zurückzuholen. Also ab in die Minen mit euch. Jagen wir alle Störenfriede aus den Minen. Wir müssen uns irgendwo ausruhen. Läuft doch bis jetzt ganz gut. Läuft doch bis jetzt ganz gut. Überhauptmann ist erledigt. Au, reicht doch. Mann. Weiter. Der ist hier so ein blöder Hauptmann. Weg hier. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Au, au, nein. Reicht. Also mir reicht's jetzt. Nehm diese verdammten Minen. Und zwar schnell, ihr Würmer. Schön, dass die ja alle links und rechts runterlaufen. Weg hier. Ausdruck. Ich schlage denen irgendwas. In die erste Kammer mit euch. Wir müssen magische Steine finden. Dieser ehre, der Hauptmann hat einen Funkelstein. Der Meister will, dass wir das Dämoneding zurückholen. Also brengt ihn auf. Habt ihr Angst vor diesem Zinnsoldaten und seinem Funkelstein? Schlecht ihn auf. Ich werd' mein Bestes geben. Oh, da ist da. Hauptmann, ich bin tot. Wie kann das sein? Ich bin tot. Hab ich gar nicht gemerkt. Wovor habt ihr Angst, ihr Mann? Er blutet. Also stech den ab und bringt wie sein Stein. Ich bin tot. Hab ich. Wenn ich dir 20 Gondor... Gondora... Egal. Gondorana, glaub ich. Gondora... Gondorianer. Ja, Gond... Okay, Gondorianer. Merken. Gondorana, bevor wir ihn zum Atabling... Worauf wartet ihr noch? Weiter schon, Jungs. Ihr seid noch nicht fertig. Okay, irgendwie bin ich, glaub ich, viel stärker damit. Und letzter. Bring den Stein zum Altar. Wir sind noch nicht fertig. Au. So. Der Meister braucht mehr, um den Flammendämon zurückzuholen. Ich störe Barlings Grab. Dafür muss die Tür erst mal aufgemacht werden. Ich hasse Zwerge. Sogar Brote. Werfen wir noch einen Blick auf das Grab. Ne, ich komm da ja nicht mal rein. Die Tür ist zu. So. Bringt eine Maliste. Schießt die Luft auf. Ja, wo ist denn hier einer? Oh, was soll ich denn da schönes? Ein Troll. Mal gucken, wie der sich so spielt. Komm du mal her, hier. Hä? Ich versuche den mal zu greifen, falls es geht. Ne, ohne. Ich kann nur... Aber ich weiß, man kann irgendwie was greifen. Nur wie? Ne, ist auch egal. Auf hier. Das ging echt? Okay, ein Troll, den mach ich. Was wollen die da oben noch? Oh, wie hab ich denn das gemacht? Okay, ich könnte springen. Ah, und mit F nehm ich mir jemanden ein. Das nervt aber mich. Au. Müß. Nein, 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 nein. Los. Das stimmt, das ist ja meine Aufgabe Bin ich den Steinträger-Zauberer Okay, hier vorne geht's schneller Ob das so schlau ist, hier zur Mitte zu kommen? Ach stimmt ja, so kann ich mich hier heilen Haut mal ab hier So, ganz vergessen Ist mir immerhin noch eingefallen So, Brücke, bitte nicht zusammenbrechen Der Stein feilt ihn Sticht ihn ab, schnell Du kommst ja mal her Wir schmeiß ihn am besten nicht runter Ich bin tot Nein, Mist, nein Komm, schmeiß doch nirgendwo hin Ach Mist Oh, er ist aber tot Vogelstein für unseren Zauber Er ist tot Jetzt hilft ihm der Vogelstein auch nichts mehr Immer ein schöner Troll Noch mal Jungs Die magischen Steine brauchen ihre Macht Erschlagt mehr Menschen Oh Mann, lass mich doch in Ruhe hier Okay, also je mehr ich umringe, desto mehr Schaden mache ich mit dem Teil Okay, das merkt hier Bis jetzt kommt noch keine Explosion Ich laufe schon mal wieder da hin, wo ich den gleich abgeben muss Hier ist aber auch echt kein Gegner Oh doch, hier Oh, hat das kein Schaden gemacht Erlehr dich, dieses Schwein Alle Macht im Stein Oh Oh, 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 oh So, demnächst hab ich's geschafft Oh, hörst du Hörst du Oh Lasst noch ein Tal von ihren Bluten, ihr Marder Mann, jetzt Ich sterb hier Ja, hat sich gerade noch so geheilt Und der letzte wird dieser Bogenschutz hier sein Gut gemacht Wir haben genug erschlagen, um den Funkelstein aufzuladen Bringt den letzten Stein zum Altar Danach können wir den Ballrock in diese Welt zurückholen Weg hier, ihr Bombenköpfe Der Ballrocker wacht zum Leben Der Zwerg denkt also, mir hat hier das Sagen Schickt ihn zu seinen Vätern Können wir den Ballrocker spielen? Ja, ja Versiegegelegt Und komm mal her, hier Wo ist er denn? Komm mal Okay, das Kann ich denn nicht? Fucken? Nein Na, der ist auf jeden Fall ziemlich schnell Jetzt Nee, geht nicht Dann mach ich ihm nur einen Schaden Habt ihr Angst vor dem stinkenden Zwerg? Er ist nicht mal groß genug für den Zuppentopfen Ich werde eure Leichen stapeln Und letzter Schlag Ah, vorletzter Und letzter Schlag So ein verrückter Zerg Habt ihr wohl nicht gefallen in seinem Grab? Sieg, die Zwergstattung dort konnte ich eben auch noch kaputt machen Bringt wahrscheinlich nichts Erneut kam die Flamme von Udun, Durins Fluch über Mittelerde Und wie einst sein Volk brach die Kreatur auch Gimli Und alle, die ihm in die Dunkelheit der Minen gefolgt waren Seitdem ist Moria ein Ort des Bösen, den niemand mehr zu betreten wagt Und wieder machen sich die Nazgul auf, um die letzten Opfer des dunklen Herrschers zu suchen Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao